Guten Abend! Was ist denn hier los? Können Sie mir nur sagen, wer Sie sind? Tom Brain? Das bin ich. Der starke Mann hinter der Easy-Euro-Kredit sorgt für eine reibungslose Rückführung von Krediten. Was wollen Sie von mir? Sind Sie zufällig Morpheus M. Lehmann? Das ist mein Bruder. Ich bin L. Lehmann. L4 Lukas. Gut. Sehr gut. M. Lehmann hat sich Geld geliehen. Und zwar Summa Cum Laude. Summa Cum Laude? Sie meinen Summa Summarum. Äh, sag ich doch. Jetzt bring mich doch nicht aus dem Konflikt. Wo war ich? M. Lehmann hat sich Geld geliehen. Genau. Summa Summarum. Egal. 15.000 Euro mit Zinsen 20.000 Euro. Scheiße. Ja. Scheiße wird's erst, wenn er's nicht zurückzahlt. Was ist denn mit Ratenzahlung? War vereinbart. Er hat's eingestellt. Deshalb wird jetzt der Gesamtbetrag fällig. Ich hab, äh, 24 Euro. Sag mal, willst du mich verarschen? In drei Tagen komm ich wieder. Entweder ihr habt das Geld zusammen oder ich werd hier alles konföderalisieren. Konfessieren. Sag ich doch. Also, wir sehen uns. Sag mal, ist, dass du so. Sag mal, ich soll mich ins bet XL oldest. Sag mal, wir опять. Sag mal, ich soll mich oder mich, dich absch?' Sag mal, ich soll. Sag mal? turning mal, ich soll mich zu you,ание, broken bis ихwl und mach. Vielen Dank.